Deine Stars bei Radio Teddy Hallo liebe Radio Teddy-Hörer, ich bin es Reinhard Horn und ihr kennt mich von vielen Liedern, die ihr hier im Radio hört. Ich mache Musik für und mit Kindern. Und singen gehört sozusagen zu meinem Tagesgeschäft. Zum Singen braucht man keinen besonderen Anlass. Einige singen ja nur zum Geburtstag oder einige singen nur in der Badewanne. Aber singen kann man den ganzen Tag. Man kann den Tag beginnen mit einem Lied und man kann vor dem Einschlafen auch nochmal ein Lied singen. Und deswegen ist die Familie eigentlich der schönste Ort, an dem gemeinsam gesungen werden kann. Und viele Autofahrten werden erst richtig witzig, wenn man sich selber eigene Lieder einfallen lässt und gemeinsam singt. Übrigens das schönste Kompliment, was ich erhalten habe, hat mir mal ein achtjähriger Junge gesagt. Nach einem Konzert kam er zu mir und sagte, weißt du was? Du bist der tollste Kinderversteher, den ich kenne. Ich grüße euch herzlich. Tschüss!